Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Roblox Und zwar, wir spielen heute mal wieder einen neuen Tycoon Oh mein Gott, bin ich hier schnell Und zwar unser eigener Zoo Und zwar, wir kaufen uns jetzt hier erstmal das erste Stück für umsonst natürlich Oh guck mal, hier haben wir auch schon schöne Weintramen Okay, das baut sich immer mehr auf mit den Elefanten hier vorne Das sieht schon mal mega cool aus Okay, äh, hallo, warum stecke ich hier fest? Ich möchte hier raus, okay, danke Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank Wir müssen hier erstmal Wege bauen Okay, ich glaube, wir müssen erstmal hier die Sachen quasi bauen, die uns vollgegeben sind Die halt auch kostenlos sind So, das wird auch noch gebaut Oh Mann, das sieht so cool aus, dass alles so nach und nach aufgestellt wird Okay, guck mal, hier haben wir schon mal die ersten Wege Hallo, schönen guten Tag Genau, falls Ihnen unser Zoo gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter Ja, ja, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank So, jetzt kaufen wir hier noch natürlich ein paar Hasen So, oh, wie süß Jetzt können wir hier noch Karotten geben Okay Ah, jetzt haben wir es schon equipt Hasen möchte was Leckeres zu essen haben Ähm, wieso? Okay, damit kann man upgraden Ähm, ich würde sagen, für Null kann man auf jeden Fall mal upgraden Das ist doch eigentlich mal schlecht So, ich würde sagen, wir kaufen hier mal generell ein bisschen was für die Hasen Und dann können wir unsere Karotten hier selber anpflanzen Ah, okay Jetzt weiß ich, wann das macht Äh, jetzt bin ich nicht rausgekommen So, und zwar Jetzt haben wir erstmal eine kleine Bank hingestellt Wir können uns hier Essen nehmen Gehen dann da hin und füttern Sie Hallo, isst gern Wolltest du keine Karotte essen? Oh yeah Guck mal, jetzt haben wir dir noch mal was Leckeres zu essen gegeben Ich würde mal sagen Wir upgraden hier nochmal Guck mal, das kostet wieder nichts Oh nein Oh man, habe ich etwa mit Robux bezahlt Oh man Das passiert mir so oft, dass ich was mit Robux kaufe Aber es gar nicht kaufen wollte So Das hier kostet 50 Das geht ja Guck mal, jetzt bauen wir hier eine größere Bank Oh, die sieht schon mal schicker aus So, was können wir hier noch bauen? Äh, einen Baum wollen wir glaube ich noch nicht bauen So, wir gucken mal Wir bauen hier erstmal einen weiteren Oh nein, ich habe gar nicht genug Geld So, dann kaufen wir uns erstmal den hier, würde ich sagen Neuer Okay Wir sollen nach da hinten gehen Äh, machen wir gerade mal Was haben wir denn hier? Oh nein, hier liegt Müll Okay Den haben wir erstmal weggeräumt Ähm, hallo Lasst bitte nicht euer Müll hier liegen Kleinen Menschen Okay Wir müssen hier den Müll wegräumen Weil sie den einfach auf den Boden schmeißen Aber jetzt gehen wir mal hier vorne hin Und kaufen mal noch ein kleines Stück Oh Jetzt haben wir hier noch ein größeres Stück Weg gekauft Und hier vorne Ist sogar ein Zoo-Cleaner Oh nein Der kostet wieder Robux Okay Wir kaufen jetzt hier erstmal noch ein paar Kleinigkeiten Was haben wir hier für ein Gehege Oh Mann, ich habe schon wieder zu wenig Geld Das kann doch gar nicht sein, dass ich zu wenig und die ganze Zeit zu wenig Geld habe So, das sehen wir auch noch auf Dankeschön Und dann gucken wir mal, was wir hier vorne noch finden Was wir noch cooles bauen können Was nicht so teuer ist Okay, ich glaube die ganzen grünen Sachen Ich meine die ganzen niederen Sachen kosten glaube ich alle Robux Aber mal gucken, was wir uns kaufen können ohne Robux Okay, schon wieder 500 kostet das Aber was können wir vielleicht hier vorne machen Oh, das können wir uns nicht leisten 150 Okay, wir bauen hier erstmal einen kleinen Müll einmal hin So, genau Hier könnt ihr nämlich Müll reinschmeißen Dann braucht ihr es nicht mal auf den Boden schmeißen Das wäre ja total lieb So Mal gucken Wollen wir hier ein paar Bäume hinpflanzen Oder wollen wir erstmal Wir bauen hier erstmal einen kleinen Berg Mal gucken, was dieser Berg bringt Okay, kaufen wir dann Gras drauf Ähm Ich glaube, das machen wir aber noch nicht Wir gucken erstmal, was wir da hinten vielleicht noch machen können Oh, hier liegt schon wieder Müll Ihr dürft nicht euer Müll die ganze Zeit hier liegen lassen Okay So, den haben wir jetzt auch mitgenommen Gehen wir nach da hinten rüber Und heben hier natürlich auch noch den Müll auf So Oh, hier liegt wieder Müll Ich habe ganz genau gesehen, dass du das warst Hör auf damit Räum deinen Müll bitte weg Okay, jetzt haben wir nochmal Müll einmal hingebaut Jetzt kann hier niemand was sagen Aber jetzt haben wir zu wenig für die Kühe Okay Bitte geht raus Dann kriege ich nämlich, glaube ich Geld Ah nein Hier oben steht immer, wann man bezahlt wird Ich glaube, alle paar Sekunden kriegt man dann Geld Das ist natürlich richtig cool 316 sogar Okay Jetzt kaufen wir uns hier ein paar Kühe Oh yeah Hallo Frau Kuh Hallo Frau Kuh Ähm, was können wir uns hier nachkaufen? Kaufen wir uns natürlich noch eine Bank Und noch eine Bank können wir uns nicht kaufen Okay Hier könnt ihr euch hinsetzen Und hier hinten bitte euer Müll reinschmeißen Ich möchte hier keinen Müll mehr auf den Boden legen So Oh, hier vorne liegt wieder was Ich glaube, wir müssen auf der anderen Seite auch unbedingt mal einen Mülleimer aufbauen Aber guck mal, wie viel Müll da die ganze Zeit liegt Habe ich jetzt irgendwas? Ah nein, ich habe gerade gedacht, ich habe was gekauft So Wir kaufen jetzt hier erstmal Müll einmal Aber ich möchte nicht, dass ihr euch einen ganzen Mülli hinwerft So, nochmal einen kleinen Baum Und nochmal einen kleinen Baum Ein paar kleine Bäume muss man hier auch mal hinbauen So, ich würde sagen Wir bauen mal als nächstes Okay Warum können wir das noch nicht bauen? Aber okay Auch wenn Ah, wir brauchen tausend Ich habe die ganze Zeit hundert gelesen Jetzt bauen wir einfach noch eine Bank Guck mal, wie viele Bank Bankies hier schon gibt Mh Wollen wir hier was von hinbauen? Komm, die sind ganz schön teuer Also dafür müssen wir echt noch ein bisschen sparen Okay Hier auch eine Statue Aber die können wir uns halt nicht leisten So Was könnten wir jetzt hier nochmal? Oh, hier ist so viel Müll schon wieder Die arme Kuh Die muss uns jetzt hier ansehen wegen euch So, nochmal Müll wegräumen Okay Und hier liegt sogar nochmal Müll Das kann ja nicht sein So, wir kaufen hier nochmal ein Stück Weg Guck mal, jetzt könnt ihr nämlich auch um die Kuh herumlaufen So, haben wir hier hinten noch irgendwas für hundert Was wir uns cooles kaufen können Ich glaube, hier ist alles ganz schön teuer noch So Hier kaufen wir uns einfach nochmal eine Bank Und guck mal, wie groß unser Park ist Oh nein, wir müssen die Tiere füttern Nein, 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 nein Hier geht es nicht gut So Das hätte ich fast vergessen So Bist du jetzt glücklich? Okay So Und du kriegst natürlich auch was Leckeres zu essen So, ich muss dich irgendwie anklicken Warum willst du die Karotte nicht? Du bist doch traurig Okay, jetzt hat es geklappt Also wir müssen die Karotte in die Hand nehmen Und äh Dann müssen wir sie füttern Ich würde mal sagen Wir füttern die Kuh auch gerade noch Können wir das hier hochleveln? 500 Ähm, wollen wir das machen? Komm, das machen wir Sehr gut Jetzt haben wir hier sogar noch eine zweite Kuh Wie cool ist das denn? So, jetzt nehmen wir das hier mit Das Essen Möchtest du nichts essen? Möchtest du was essen? Ah, okay Hier können wir es sogar nochmal für 1300 Das ist aber wieder ganz schön teuer Ich würde sagen Wir gucken lieber Was für Tiere wir noch kriegen So Du kriegst auch noch eins So Guck mal jetzt Küssen die Sieht auch wie süß So Jetzt gehen wir mal hier rüber Und jetzt haben wir hier nochmal Einen kleinen Weg gekauft Ich meine Einen kleinen Müll gekauft Äh, wo können wir denn vielleicht hier hin? Ich glaube wir müssen auf die andere Seite gehen Um nochmal einen kleinen Weg zu kaufen Guck mal genau Hier ist nämlich der Weg 600 Oh Mann, das ist so teuer Okay, dafür können wir jetzt aber hier noch viel, viel mehr heranbauen Also hier vorne erstmal ein kleiner Baum nochmal Aber ich glaube den machen wir erst später So, was können wir denn hier jetzt noch aufbauen? Eine kleine Bank einmal aufrüsten Dann kann man da ein bisschen bequemer sitzen Das ist eigentlich auch ganz gut Und schon wieder 500 bekommen Guck mal, dann können wir Den Weg noch vergrößern Okay Das hier sieht schon ganz groß aus Hier hinten ist wieder Bäume und sowas Aber das wollen wir erstmal nicht machen Okay, hier wieder so eine Dingsin Aber das machen wir auch nicht Okay Also Jetzt müssen wir mal gucken Erstmal wieder ein bisschen Müll wegräumen Denn alle Leute schmeißen hier einfach Müll hin Das ist echt unfair Jetzt muss ich hier immer alles wegräumen So Und hier liegt noch mehr Müll Sonst wird doch hier keiner hingehen Keiner wird doch in den dreckigen Park gehen So Können wir die Bank hier nochmal aufwerten? Ah, nein Okay Jetzt habe ich es verstanden Wir müssen hier Das aufwerten Aber wie teuer ist das denn? Kostet das mehr als wir haben dann wahrscheinlich? Okay Hier ist nochmal ein Weg zum Langlaufen Was können wir hier machen? Okay So, wir kaufen hier einfach mal noch ein paar kleine Bänke Und was können wir hier hinten kaufen? Das hat alles noch So Noch eine kleine schöne Lampe Okay, was habe ich hier? Oh Mann Da hat wohl jemanden Küle verloren Okay, den haben wir auch weggeräumt Sehr gut Hoffentlich müssen wir den nicht noch irgendwo hinbringen Aber nicht so wie es aussieht Nicht So, dann gehen wir mal hier vorne noch ein Stück hoch Und gucken mal, was wir hier noch machen können Ähm Das ist halt noch viel zu teuer Aber da hinten haben wir noch was Oder? Ne, da sind nur Bäume Okay Und das ist auch alles total teuer Okay, ich glaube Wir können hier nichts groß machen gerade Wir können da hinten auch noch keine Wand bauen Oh, dann würde ich sagen Bauen wir einfach hier hinten den Baum hin und sowas Und so ein paar Kleinigkeiten Nochmal einen Mülleimer Und einen Baum halt Und mal gucken, was wir auf der anderen Seite Bestimmt können wir auch nochmal irgendwie einen Baum oder so holen Guck mal, jetzt haben wir hier für die ganzen Sachen Ganz schön viel Geld So, dann können wir hier noch Gras verkaufen Oh nein, jetzt habe ich noch irgendwas gekauft Was kann ich was? Okay Das sieht aber ganz cool aus Also da bin ich eigentlich ganz froh, das gekauft zu haben Mal gucken, ob wir hier noch eine Bank aufrüsten können Aber, wenn man sich unseren Park schon mal anguckt Der sieht schon echt cool aus So, mal gucken, ob wir hier die Bank noch aufrüsten können Yeah, die können wir sogar aufrüsten Dann gehen wir nochmal nach vorne rüber Und gucken mal, was wir hier vorne noch draus machen können Also Dann kaufen wir das hier mal noch Noch eine kleine Bank Da hinten kaufen wir auch noch kleine Bänke So Und die Und nochmal einen Baum So, jetzt haben wir noch 36 Ähm Ich glaube, das reicht für absolut gar nichts mehr Aber wenn wir jetzt noch 6 Sekunden warten Dann kriegen wir nochmal ein bisschen was Und dann können wir zumindest die beiden Sachen hier auch K.O. hin So Ich würde sagen Dann kaufen wir nochmal das hier Und direkt das hier Okay, das sieht schon echt cool aus Ich frage mich, wie das dann später aussieht Und ob da auch Leute sich überhaupt reinsetzen Und dann ihr Mittagessen essen So, mal gucken, was wir hier jetzt hier nochmal können Hat noch irgendjemand Müll hingeschmissen? Oh, da hinten sehe ich wieder viel zu viel Müll Warum werft ihr denn überall euren Müll hin? So Okay, das kann ich mir noch nicht leisten Aber ich glaube jetzt Okay, sehr gut Jetzt baue ich hier nämlich eine neue Bank Und jetzt habe ich wieder ganz schön viel Geld bekommen So, das hier nehmen wir auch erstmal noch weg Und haben wir hier hinten noch was? Okay Hier haben wir jetzt nochmal so Okay, einen kleinen Stein Kleiner Stein ist aber Ist fast ein großer Stein, würde ich sagen So Jetzt bauen wir hier nochmal genau einen Mülleimer hin Das sieht echt schon gar nicht mal schlecht aus Aber Ich würde sagen Ähm Wir lassen unseren Park erstmal so Und sehen uns demnächst wieder In einem weiteren Teil Wo wir dann Äh, ich würde sagen Alles einmal kaufen Und gucken, was wir noch alles so machen können Auf jeden Fall Vielen, vielen lieben Dank fürs Einschalten Bis zum nächsten Mal Macht's gut und tschüss Tschüss